Ich freue mich euch, zu TechNews für diese Woche begrüßen zu dürfen und somit zur Ausgabe 21 2021. In der heutigen TechNews habe ich folgende Schlagzeilen für euch. MSI präsentiert zwei neue Monitore mit HDMI 2.1, Remy stellt preisgünstige TVs vor und wir sprechen über Hisense TV Lineup 2021 und über FidelityFX für die Xbox Series Konsolen. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn ihr mich oder meinen Kanal unterstützen wollt und euch das Format TechNews gefällt, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben und schreibt einen kleinen oder großen Kommentar. Das hilft dem YouTube-Aerhythmus und somit auch meinem Kanal. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Unterstützung und wünsche euch nun viel Spaß mit diesem Video. MSI hat im Rahmen der Compodex 2021 zwei neue Gaming-Monitore der Optics-Reihe vorgestellt, den MPG32-1URQD und den MPG32-1RFQD. Bei beiden Monitoren handelt es sich um 32 Zoll-Modelle mit einer Auflösung von Ultra HD und WQHD. Das Besondere an den Monitoren ist, neben dem IPS-Panel, HDMI 2.1 und somit die Unterstützung für hohe Bildwiederholungsfrequenzen bei Ultra HD. So unterstützt das UR-Modell Ultra HD mit 144Hz und das RF-Modell WQHD mit 175Hz und greift dabei auf ein Rapid-IPS-Display zurück. Ob die Monitore FreeSync, G-Sync oder gar VRR unterstützen, ist noch nicht bekannt, genauso wie die Preise und Verfügbarkeit. Der chinesische Hersteller Remail, welcher hierzulande eher für seine Smartphones bekannt ist, startet nun mit Fernseher in der günstigen Preisklasse. Genauer ist die Rede von Ultra HD-TVs in einer Größe von 43 und 50 Zoll. Die Geräte kommen neben einem Support für HDR10 auch mit Dolby Vision daher und werden mit Android TV10 ausgeliefert. Auch Dolby Abnos soll mit an Bord sein. Anschlussseitig werden die Geräte mit HDMI 2.0 und ALC ausgestattet. Auch USB, LAN und SPDIF wird zur Verfügung stehen. Die Geräte sind vorerst nur für den indischen Markt vorgesehen, könnten aber auch nach dem Vorbild Xiaomi's nach Deutschland kommen und dann ab für umgerechnet 316 Euro starten. Wer sich gefragt hat, was dieses Jahr aus Hisense wird, der kann langsam aufatmen. Der Hersteller hat nun sein Lineup für dieses Jahr präsentiert, auch wenn vorerst nur für Großbritannien. Die Rede ist von OLED, Mini-LED und LCD-Fernsehern. Fangen wir mit dem OLED-Modell A9G an. Der 4K OLED wird mit Aegis Evo Panel daherkommen und soll bis zu 1000 Nits liefern können. Auch HDMI 2.1 ist mit an Bord, auch sinnvoll bei dem 120Hz Panel. Ob der TV wirklich 1000 Nits schafft, können nur am Ende Tests zeigen. Auf jeden Fall wird das OLED-Modell in 55 und 65 Zoll auf den Markt kommen. Machen wir weiter mit dem Mini-LED-Modell U9G. Hier haben wir ein wenig mehr Informationen. So soll der Mini-LED-Fernseher mit einer 8K-Auflösung daherkommen und in 75 Zoll erscheinen. Das Panel selber soll mit 120Hz arbeiten können und dank der Ultra Viewing Angel-Technologie einen besseren Blickwinkel versprechen. Der Fernseher soll auf bis zu 3000 Nits kommen und natürlich mit HDMI 2.1 ausgestattet sein. Abgerundet wird das Lineup mit dem U8G LCD-TV, welcher ein Ultra HD Panel mit 120Hz bietet sowie eine maximale Helligkeit von 1000 Nits. Der U8G wird in 55 und 65 Zoll erscheinen. Alle TV-Geräte werden, wie gesagt, wird 120Hz daherkommen und mindestens einen HDMI 2.1 Anschluss bieten. Auch der O2 Low Latency Modus und VRR sowie ERRC werden die Geräte innehaben. Dem aber nicht genug wird auch ein Support für HDR10, HDR10 Plus und Dolby Vision IQ versprochen. Wann die Geräte nach Deutschland kommen ist noch unbekannt, dass sie aber kommen werden sollte gewiss sein, gegebenenfalls unter einer anderen Bezeichnung. AMD hat diese Woche die neue Upscaler-Technik FidelityFX Super Resolution vorgestellt und Microsoft hat bereits bestätigt, dass die Technik auf die Xbox Series X bzw. S kommen wird. FidelityFX Super Resolution ermöglicht Spiele von einer niedrigen Renderauflösung auf eine hohe Auflösung hochzurechnen und dies mit beeindruckenden Ergebnissen. Im Gegensatz zu DSS von NVIDIA nutzt FidelityFX Super Resolution kein Machine Learning und baut auf DirectX auf, was die Implementierung vereinfacht. Vor allem bei den Microsoft-Konsolen. Theoretisch wäre die Technik auch auf der PlayStation 5 anwendbar, aber da jene nicht auf DirectX setzt, ist eine Umsetzung eher komplizierter und möglicherweise unwahrscheinlich. FidelityFX Super Resolution erscheint ab den 22. Juni für Windows-PCs, ich denke die Xbox-Konsolen dürften auch recht schnell damit ausgestattet werden. Ja und damit war dies die TechNews für diese Woche. Ich hoffe euch hat dieses Video wieder gefallen, falls ja so lasst gerne ein kostenloses Abo da, denn so verpasst ihr keine weitere TechNews-Ausgabe mehr. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!